hallo willkommen zurück zum weiteren runde ja wir sind weit gekommen also es nimmt schon nach dem vormann vorne erkennt langsam was es werden soll aber noch ein bisschen nebenbei gesammelt also kisten sind wir werden jetzt also noch ein bisschen bauen können ich würde auch sagen wir haben allerdings schon mal ein bisschen weiter weil ich möchte jetzt schon gerne das obere geschossen mit drin haben ich hoffe nur das segel schafft das auch soweit ist deswegen war nicht mehr vorankommen weil das segel ist schwach ja und geschenke haben wir natürlich motivationssprüche die mädel immer der stuhl oder so ein hocker das ist gut wird brauche mit holz und badewanne auch weil wir wollen ja sauber bleiben und händen tisch kugel und stuhl ja gut also wir werden genau das hatten wir auch schon mal vor damit alles ein bisschen mehr wird die kiste stört das ist blöd und zack voll dann kommst du jetzt mal hier die noch und die rest hatten wir ja drüben ja gut denn so und ja so die stellen wir können wir natürlich nicht war irgendwie klar das stimmen die jenemann so so aber wenn wir können wir die rennen nö können wir auch nicht rennen und nochmal was ist die können wir auch erst mal eine seite hier stellen naja ich weiß holz ist doch nicht weg aber das ist noch wurscht ob wir haben ein bisschen sortieren drin aber wir sind voll ich weiß so denn denn so alles klar so noch ein paar geschenke eine flagge und eine papierstaffel ganz toll so zack 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 hier haben wir zu noch sieht es hier aus wird sich aber noch sehr schnell ändern könnte eigentlich reichen dann würde ich aber die weg machen ich hoffe das reicht nachher mit dem was noch kommt ja gut jetzt haben wir ringsherum schon mal dicht aber wir müssen doch irgendwie raus ja okay ja immer diese gut gut hier ja hier er kommt dass wir offen ja wir wollen erstmal hier oben bei ja zufrieden ja 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 da kommen steine bauen wir doch nicht mehr das liegt jetzt noch alle über den jordan verschwendung aber davon welche menge kriegen der richtige menge so schrott ist voll weil das schrott ihr habt ihr gemerkt schrott ist wichtig hier haben wir noch zu den krill erst mal hier einfach kommt in der mitte das geht ja doch das passt ich glaube hier stelle ich auch mal komplett auf holz steiner weh dann hier dunkel wir wollten da über 200 gehabt immer wer viel und groß bauen will also für den ist der mod auf jeden fall gold wert und zwar richtig so die sollten eigentlich reichen ja kommt zwei treppen reichen oder hier nicht übertreiben ja doch ja so Schock, meine Klasse. Geil. die schütze tüften das weitaus haben wir schon wieder dann warten wir noch ein bisschen das wird schon gut dieser dreckige arsch nein 20 40 80 120 50 die ganzen ich hab dich gesehen ja doch so passt eigentlich auch wenn klar wir könnten es noch ein stück höher machen muss jetzt aber auch nicht wenn die rüge könnten wir hier eine stupe höher gehen würde vielleicht sogar sinn machen wir das für später hier hier an drei dort drei felder noch da und dann gehen wir da oben ja doch Lass uns mal kurz was gucken. So bla 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 bla. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Ah, gut. So. Aber da können wir ja noch was, ähm, erforschen. Was wir im großen Ganzen brauchen. Ah, und die wird schön voll da. Wenn wir so weit sind, können wir auch die erste Story da anfahren. Ich glaube, da müssen wir noch ein paar Inseln anhalten. Ja, tschüss. Hm. Ich seh aber grad. Ich hab da einen kleinen kleinen... Hm, den Peter. Eisen. Oh. Na, ich hab mal drei, vier. Ja, ja. Ich ruf mir das grad schon im Kopf vor, wie es aussieht. Hm. So. Äh. Okay. Hau ab. Oh. Okay. Ah. Ah. Haben wir sogar schon drin. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Was haben wir hier? Was haben wir hier? Äh. Ja, war hier. Säule. Ähm. Da. Da. Da ist der Empfänger. Hä? Da. Hast du einen reingelegt? In der letzten Folge. Wollt er doch gar nicht. Oh. Oh. Entkraftbar. Leiter Platine. Ah. Ah. Also wir machen Heisen noch fertig. Und den machen wir den Rest mit Kupa. Ähm. War das hier? Ja. Wupp. 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 So. Können wir den jetzt nicht schon bauen? Nee. Achso. Drei. Drei. Stimmt ja. Oh ne. Wir nehmen uns die nächste Insel. Schaffen wir ne? Ja. Easy. Die. 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 Okay. Gut. Ähm. Die sind wieder. Die sind wieder voll. Ganz voll. Die sind wieder auf dem Weg. Janet. Ja. Joh. Juu. jetzt können wir den bauen gut denn schon mal gefällt mir kommt hier noch wunderbar durch ja ja doch so da ringsum haben wir wenn wir jetzt mal unseren spaß haben blöder hei und schon wieder fast komplett weg ja 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 Ja, läuft. Oh man. Toll. Oh, zu viel warst du doch auch nicht. Oh, Schöne die. Viel haben wir jetzt auch nicht, ne? Naja. Ein bisschen können wir wieder mit anfangen. Ich konnte das sagen. Manchmal hört sich wirklich an, als wäre der Typ wieder da. Naja. Wir bleiben hier unten. Okay. Oh. da haben wir eine große theoretisch ja kommt was soll es wir wollten ja sogar insel ran also machen wir da haben wir meine güte na nekkiger typ dieser veganer haben wir noch ein bisschen näher ran dann werden wir uns an der insel bedienen sie ausbeuten so wie wir die menschliche raste jetzt hilft das tun na ja eigentlich immer ja auto auf die akkade gut leute denn haben wir heute schon mal wieder geschafft den bedanke ich mich dass ihr da wart hoffe ihr kommt wieder und dass es euch gefallen hat das gerne einen daumen kommentare immer wieder gern gesehen dann sehen wir uns in der nächsten folge